So, dann ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute sehr wichtiges Video und zwar geht es um den Verkauf von Gold und Silber. Und das ist ein Thema, worüber ich heute wirklich mal ganz ernsthaft mit allen von euch reden muss. Weil es wirklich meines Erachtens nach viel zu viele Leute gibt, die, nachdem sie Sachen verkauft haben, unzufrieden sind, die Sachen verkauft haben, ohne zu wissen, wie sie das tun, ohne zu wissen, wo sie das tun, ohne zu wissen, warum sie das tun und so weiter und so fort. Und das ist eine Thematik, die extrem wichtig ist und mit der man sich eigentlich beschäftigen sollte, bevor man irgendwas kauft. Wie verkaufe ich es irgendwann wieder? Egal was, es ist völlig irrelevant. Egal was man kauft, irgendwann kann der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, das würde ich jetzt gerne verkaufen. Wenn ich dann keinen Plan dazu habe, wie und wann und warum ich das tue und wo vor allen Dingen, dann wird es nichts. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich damit im Vorfeld auseinandersetzt. Im Vorfeld wissen, wo verkaufe ich meine Sachen wieder hin, wenn ich sie mal verkaufen möchte. Warum kaufe ich diese Sachen jetzt, wo ich sie gekauft habe? Kann ich sie vielleicht daheim wieder zurück verkaufen? Wie funktioniert diese ganze Geschichte? Was ist unglaublich wichtig? Worauf muss ich achten, wenn ich etwas verkaufen will, damit ich auch mein Geld wieder bekomme? Oder zumindest etwas Vergleichbares wie mein Geld. Super, super wichtige Geschichte. Darum soll es heute mal gehen. Bevor wir uns damit auch gleich weiter beschäftigen, kurzer Blick nochmal auf die Gold- und Silberpreise. Hier an dieser Stelle einmal selber eingeblendet. Sehr volatil heute, aber hat sich nicht großartig verändert. Beim Gold sieht es ziemlich genau gleich aus. So, soviel an dieser Stelle dazu. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf das, was ich hier heute mit habe. Da habe ich einmal einen Haufen schöne, beziehungsweise in Anführungszeichen schöne, etwas abgegriffene, aber dennoch noch in ansatzweise in Ordnung im Zustand Washington Viertel Dollar. Da habe ich einen Haufen von, alles Mögliche da, auch natürlich zu erwerben unter besagter E-Mail-Adresse hier an dieser Stelle. Ebenso wie diesen wunderschönen Peace-Dollar, den wir ebenfalls noch da haben. Und auch diese Barber-Half-Dollars. Wirklich recht seltene Münzen, die in diesem Zustand hier recht günstig zu bekommen sind. Ebenfalls bei dieser E-Mail-Adresse. Wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, gerne da eine Mail hinschreiben und gerne etwas kaufen, beziehungsweise auch einfach nur mal die Preisliste anfragen. Und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit euch, diese zur Verfügung zu stellen. Versand ist natürlich wie immer ab 100 Euro komplett kostenfrei. Da schenke ich euch die Versandkosten natürlich voll versichert. Und es sind natürlich auch, wenn ihr größere Mengen bestellt, immer Rabatte möglich. So, als letztes habe ich auch noch mitgebracht einen 1 Unzen Silber Maple Leaf. Diese verkaufe ich nicht. Warum? Weil man da wirklich schwer gutes Geld verdienen kann mit im Moment. So, also soviel an dieser Stelle dazu. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Ja, dann wollen wir jetzt mal anfangen mit dem Verkauf von Münzen. Das hat übrigens auch viel mit diesen hier vor uns zu tun, weil das natürlich ganz viele verschiedene Arten von verschiedensten Münzen sind. So, sieht vielleicht nicht so aus, ist aber so, erkläre ich gleich mehr dazu. Also, bevor man jetzt etwas verkaufen möchte, muss man wissen, was das wert ist, was man verkaufen möchte. Wie macht man das am allerbesten? Nun, wenn man niemanden hat, den man fragen kann, so wie zum Beispiel mich, was natürlich alle meine Kunden immer sehr gerne tun dürfen. Wenn man allerdings niemanden hat, den man fragen kann, dann geht man am besten ins Internet und guckt einfach mal ein paar Stunden sich alle möglichen Inserate und Preise an, für die diese Münzen tatsächlich verkauft wurden. Nicht, wofür sie irgendjemand mal auf Ebay reingestellt hat, das ist völlig irrelevant. Es geht um den Preis, den man tatsächlich bei einem Verkauf erzielen kann. Dann guckt man sich das also an. Wir nehmen jetzt einfach mal so hier diesen Viertel Dollar. Der hat jetzt hinten einen kleinen Rostfleck, das ist nicht schlimm, silberrostet nicht, das hat auf irgendwas gelegen, was gerostet hat. Wahrscheinlich lag es irgendwann mal im Wasser. Aber dieser Viertel Dollar zum Beispiel hat einen Materialwert von, ich sage jetzt mal grob 3,80. Materialwert grob 3,80, natürlich dadurch, dass es ein sehr, sehr kleines Stück ist, kriegt man den nirgendwo für 3,80. Kann man total vergessen. So, egal in welchem Zustand, völlig irrelevant, in dem miesesten Zustand ever, kriegst du nicht für 3,80. So, ich glaube den günstigsten, den ich mal gesehen habe, wo einer mit einem Messer reingestochen hat, der war irgendwie für 4,90 oder so, habe ich den glaube ich irgendwo auf Ebay hersteigern können. Nicht so wichtig, aber generell, diese Münzen kriegt man natürlich nicht für den Preis, der das Silber daran wert ist. Und das ist schon mal das erste Wichtige, was man wissen sollte. Wenn ich jetzt zu einem Händler gehe, mit dieser Münze hier zum Beispiel, zu irgendeinem Ankauf, vielleicht lokal bei mir, würde er mir wahrscheinlich nicht mal 3,80 geben, weil das natürlich kein feines Silber ist, also kein Feinsilber, ja, nur ein Hunderter. Es ist natürlich etwas problematisch, diese Münze tatsächlich einzuschmelzen, weil es, naja, Zahlungsmittel der Vereinigten Staaten ist und das eigentlich ein Gesetzesverstoß ist. Natürlich machen die das trotzdem, weil es juckt keinen. Aber wahrscheinlich wird man dafür einen Schmelzpreis bekommen. So, Schmelzpreis habe ich schon mal in einem Video darüber gemacht. Ist der größte Scam überhaupt? Ja, bitte nicht. Vorsicht. Also, dieses Stück. 3,80 der Silberwert. Vielleicht kriegt man bei irgendeinem lokalen Silberankauf 3,20 oder so. Wenn ich das jetzt an diesen Silberankauf verkaufe für diesen Preis, dann bin ich wirklich so dumm, wie es nur geht. Also, es kann es wirklich nicht anders sagen. Das kann eigentlich nicht sein. Also, das ist wirklich keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, das zu tun. Und bitte, Leute, wenn ihr doch guckt im Internet und ihr seht, ja, diese Münzen werden normalerweise verkauft so zwischen, ja, ich sag mal so 5 und 7 Euro je nach Zustand. Ja, wirklich gute, auch bestimmt auch mal mehr als 7 Euro, ja. Aber so im Durchschnitt, so. Bei mir sind die 1 Euro, 50 Cent bis 1 Euro teurer, weil ich muss ja auch ein bisschen was daran verdienen. Ich kaufe die Sachen ja auch nur von Privat an. Also, zumindest im Moment größtenteils von Privat an. Aber, jetzt ist diese Geschichte und ich teste sie natürlich alle, dass sie echt sind, ja, und sortiere sie nach Zustand und so weiter und so fort. Habt ihr natürlich bei Privat auch nicht. Da könnt ihr auch irgendwelchen Fake kaufen. Also, so viel an dieser Stelle kostet natürlich alles auch irgendwas. Aber, ja, ihr guckt euch das an und ihr seht, okay, ja, die werden jetzt verkauft für diesen und diesen Preis. Wenn ich das jetzt hier zu irgendeinem lokalen Händler bringe, kriege ich die Hälfte. Was ist denn die logische Konsequenz daraus? Die logische Konsequenz daraus ist meiner Meinung nach nicht zu diesem Händler zurückzugehen und die für diesen Preis zu verkaufen, dass sie am Ende noch zerstört werden oder dass er sie einfach für das Doppelte weiterverkauft. Nein, die logische Konsequenz meines Erachtens nach wäre, einfach hinzugehen und die im Internet zu verkaufen, wo sie für diese Preise verkauft werden. Ganz einfach, ja, so. Relativ simple Geschichte eigentlich, ne? Ich habe vorher geguckt, das ist diese Sache wert, die ich jetzt verkaufen möchte. Diesen Preis möchte ich auch haben, ja, und wenn ich den nicht bekomme, dann gucke ich vielleicht, dass ich ein bisschen weniger dafür bekomme, aber nicht die Hälfte. Ja, also logische Konsequenz. Vergleicht es mit irgendwas anderem, was den meisten Leuten vielleicht näher liegt. Ihr wollt ein Auto verkaufen. Ihr habt jetzt mal so geguckt, diese Autos verkaufen sich normalerweise, wir nehmen jetzt mal so ein durchschnittliches Auto, vielleicht so einen etwas älteren Gold. Diese Autos verkaufen sich durchschnittlich zwischen 8.000 und 12.000 Euro. So. Jetzt wollt ihr das eine Zeit lang verkaufen, habt es vielleicht für 11.000 Euro reingesetzt, weil ihr sagt, ja, meiner ist ja ganz gut. Und dann kauft es keiner. Die logische Konsequenz ist nicht, das jetzt zu einem Schrotthändler zu verkaufen, der einem vielleicht noch 3.000, 4.000 Euro dafür gibt. Die logische Konsequenz wäre es einfach, vielleicht 1.000 Euro zu reduzieren, ja. So. Und dann vielleicht nochmal 1.000, ja. Dann hat man immer noch mehr als das Doppelte von dem, was man bei dem Schrotthändler gekriegt hätte. Nicht, dass es irgendwas, irgendwelche Probleme dabei gäbe, ne. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass irgendjemand etwas für wenig einkauft, ja, um es dann für mehr verkaufen zu können. Weil es ist ja keiner gezwungen, an diese Person zu verkaufen, ja. Mir persönlich steht dieses Geschäftsmodell nicht, ja. Ich zahle lieber gleich eben, ne, den Betrag, den ich auch zahlen möchte, ne. Und dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich mir kein Angebot entgehen lassen habe. Aber manche Leute möchten das nicht so. Und das ist ja auch völlig okay, ja. Freier Markt und so. Aber man muss eben auch als Verkäufer sagen, okay, dann möchte ich da vielleicht eher nicht verkaufen und verkaufe lieber irgendwo anders hin. Ganz einfach, ja. Letzten Endes keine schwere Geschichte. Anderes Beispiel. Dieser Pistole hier zum Beispiel, ja. Gut, ignoriert jetzt mal die Kapsel, die alleine schon Euro wert ist. Die ihr natürlich auch erhaltet, wenn ihr eine Münze kauft, die entweder im AU bis MS, beziehungsweise MS Zustand ist. Aber abgesehen davon ist diese Münze in dem Zustand vielleicht, wenn ihr sie jetzt von Privat kauft, 32 Euro wert, 33 Euro wert, sowas um den Dreh. Ja, meine sind natürlich getestet und alles und so weiter und so fort. Und deswegen verkaufe ich sie für 35 bis 36. Ihr seht meine Margen, da sind praktisch nicht existent. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr schöne Münze, ja, die einen bestimmten Wert hat. So. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel verkaufen möchte und ich gehe jetzt zu einem lokalen Händler, wird der mir wahrscheinlich, naja, da sind ungefähr so 24 Gramm Silber drin, was weiß ich, ist 900 Silber. Dann würde er wahrscheinlich so grob und Daumen weg die Hälfte davon nehmen und würde mir 13 Euro davon anbieten. So, das ist weniger als die Hälfte, als das, was diese Münze mindestens wert ist, ja. Diese Münze kann man jeden Tag in der Woche auf irgendwelchen Internetseiten für mindestens mal 30 Euro verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Probiert es aus, wenn ihr mir nicht glaubt. In dem Zustand überhaupt kein Problem. Auch in schlechterem Zustand eigentlich überhaupt kein Problem. Aber gerade in diesem, ne, überhaupt kein Problem. So. Also, wenn ich diese Münze verkaufen möchte, gehe ich vorher ins Internet, gucke mir vorher an, für was wird diese Münze verkauft, für was werden diese Münzen verkauft. Ihr werdet unglaublich viel Material zu diesen Münzen finden, ja. Ich würde mal tippen, gerade auf Ebay gehen da wahrscheinlich jeden Tag Tausende von weg, ja. Also da könnt ihr wirklich sehr, sehr einfach Durchschnittswerte errechnen und so weiter und so fort. Bitte findet es raus, was die Sachen wert sind, bevor ihr sie verkauft. Ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr natürlich was von mir gekauft habt, könnt ihr das auch wieder an mich zurückkaufen. Wie gesagt, ich muss daran etwas verdienen. Das heißt, ich werde euch natürlich nicht das zahlen können, was ihr dafür bezahlt habt. Ich denke mal, das sollte auch irgendwo jedem klar sein. Aber, so viel an dieser Stelle dazu. Weiter geht es mit solchen Münzen wie dieser hier. Normalen Silberanlagemünzen. Ganz normalen Anlageprodukten, die die meisten von euch kennen. Der Begriff Anlageprodukte ist natürlich immer so ein bisschen ein sehr subjektiver Begriff, ja. Weil das Anlegen von Geld kann man in allen möglichen Dingen tun, egal wie hoch der Aufschlag jetzt ist. So. Aber das ist das, was man generell als Anlagemünze versteht. Also. Wir haben diese Münze jetzt hier. Dieses Maple Leaf. Für was kann man das heute kaufen? 26,50. 27 Euro. Sowas um den Dreh. Bei den günstigsten Angeboten, die ich so auf gold.de gefunden habe. So. Wenn man das jetzt bei Ebay irgendwie guckt und so, da gehen die immer für mehr weg. Fragt mich nicht, warum. Es ist leider so. Weiß ich nicht. Warte ich auch noch drauf, dass irgendjemand mit der Geschäftsidee um die Ecke kommt, die Sachen einfach bei irgendeinem Händler zu kaufen und sie dann auf Ebay weiter zu verkaufen. Weil wirklich. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich habe schon sehr oft da Leute gesehen, die einen Maple Leaf für 32, 33 Euro steigert haben. Einfach irgendein random Maple Leaf. Fragt mich nicht, warum. Wie gesagt. Aber gibt es. So. Also. Da ein bisschen aufpassen. Ja. Dass ihr da auf Ebay euch nicht irgendwelche falschen Preisvorstellungen anguckt. Bei solchen Münzen. Super easy. Geht einfach bei gold.de in die Ankaufsabelle. Da guckt ihr euch an, was Händler für diese Münze im Ankauf zahlen. Dann vergleicht ihr das mit dem, was im Verkauf dafür verlangt wird. Und dann könnt ihr euch ein ungefähres Bild davon machen, wie die Preissituation dieser Münze ist. Super einfach. Da braucht ihr keine großartige Zeit mit verbringen. Da ist gold.de wirklich sehr, sehr nützlich. Kriege ich dafür irgendwelches Geld? Nein. So. Also soviel an dieser Stelle dazu. Ja. Wirklich ganz, ganz simple Geschichte. Überhaupt kein Problem, das zu machen. Kann jeder. Ja. Kann wirklich jeder. Also. Ich könnte da jetzt hinstellen, wen ich wollte. Und der würde irgendwie rausfinden, was der Ankaufspreis für einen Maple Leaf ist. Wenn ihr das nicht wollt. Und ihr wollt einfach zu irgendeinem lokalen Händler rennen. Und einfach den Preis nehmen, den der euch gibt. Dann könnt ihr das tun. Das könnt ihr tun. Das ist euer Geld. Das ist eure Münze. Das ist eures. Eure Entscheidung. Ja. Eure freie Entscheidung. Ne. Ganz, ganz, ganz wichtig. So. Aber dann bitte holt mir nicht die Ohren voll, wenn der euch dann 22 Euro für die Münze gibt. Okay? Oder noch weniger. Ja. Das ist dann nicht mein Problem. So. Ja. Ich habe immer wieder hier diese lustigen Leute auf dem Kanal, die dann meinen, weil sie einen unglaublich schlechten Verkauf durchgezogen haben, jetzt mir sagen zu wollen, dass Silber deshalb ganz furchtbar schlecht ist. Habe ich kein Verständnis für? Habe ich keine Lust drauf, mit so Leuten zu diskutieren? Oder auch nur irgendwas dazu zu sagen? Erzählt es jemand anderem? Ja. Oder nehmt einfach mal euer Leben selbst in die Hand. Meine Güte. Also wir sind doch hier nicht mehr im Kindergarten. Ja. Das ist, äh, ich, ihr wisst, ich sage das ganz ehrlich so, wie es ist und so, wie es mir gerade in den Sinn kommt, ja, an dem das nicht passt. Oh well. Too bad. Finde ich das jetzt okay, dass manche lokale Händler so eine Münze irgendwie für 20 Euro ankaufen. Nö, natürlich, ne, das habe ich doch damit überhaupt nicht gesagt, ne. Da wird jetzt bestimmt wieder auch einer auf die Idee kommen, ne, er hat gesagt, das wäre okay. Nein. Absolut nicht. Aber es ist auch nicht meine Sache, Leute, ne. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was irgendein anderer Händler, ich bin ja noch nicht mal wirklich ein richtiger Händler im Moment, äh, was irgendein anderer Händler dafür, für Preise zahlt. Ich bin dafür verantwortlich, was ich für Preise zahle. Ich bin mit den Preisen, die ich zahle, sehr zufrieden. Und ansonsten brauche ich dann nicht großartig viel zu sagen, ne. Ja, kaufe ich solche Sachen hier an? Eher nicht, wenn es jemand unbedingt loswerden will, ja, kann ich bessere Preise zahlen, als die auf Goldie gezahlt werden? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Leute. Kann ich auf gar keinen Fall, ja. Weil die Leute, die dort diese Ankaufspreise zahlen, die handeln damit alltäglich. Die haben eine große Masse davon, die sie einkaufen und eine große Masse davon, die sie verkaufen. Das habe ich nicht. Ja. Kann ich euch nicht zahlen. Ich kann euch wesentlich mehr als 21 Euro die Unse zahlen. Ich denke mal, das ist schon klar. Aber, wie gesagt, ihr kriegt bei den Händen auf Goldie wesentlich mehr. Also, versucht es da, ja. Bei solchen Münzen meldet euch gerne. Habe ich keinen Problem damit. Gerade natürlich bei meinen Kunden bin ich immer dazu bereit, die Münzen auch wieder zurückzukaufen. Aber, wie gesagt, ich muss was dran verdienen. So wie jeder. Dann wurde ich danach gefragt, wie es denn ist mit Gold und Silber verkaufen an solchen Sachen wie Flohmärkten zum Beispiel. Kann man machen, ja. Aber ihr müsst mit dem Wissen schon dahin gehen, dass die meisten Leute, die dort nach Gold und Silber suchen, dahin gehen, weil sie dieses Gold und Silber für absolutes Schnäppchengeld erstehen wollen, ja. Es ist recht unwahrscheinlich, dass man da jemanden findet, der irgendwelche Marktpreise führt, diese Sachen zahlt. Also, das kann man sich eigentlich abschminken, ja. So. Das sind Schnäppchenjäger, ne. Deswegen, warum geht man auf den Flohmarkt, wenn man nicht irgendeinen Schnäppchen ergattern will, ja. Also, da braucht man sich keine Illusionen zu machen. Das ist wahrscheinlich recht unrealistisch, da gute Preise zu bekommen. Aber man kann es versuchen, ja. Wenn einem sowas Spaß macht, kann man das machen. Es wäre wesentlich einfacher, seinen Händler zu verkaufen, ja. Und noch wesentlich einfacher ist, im Internet zu verkaufen. Aber ich verstehe es, warum man das machen möchte, lokal. Habe ich absolut Verständnis für. Probiert es, wenn es bei euch funktioniert, gute Sache. Bei mir würdest du es wahrscheinlich nicht tun. Denkt auch beim Verkauf von Sachen daran, je seltener etwas ist und je geringer die Handelsmasse davon ist, desto größer ist wahrscheinlich der Spread, den ein Händler zwischen dem zahlt, was er euch zahlen wird und für was er sie wieder verkaufen wird, ja. Diese Münze jetzt speziell. Das ist so, ja. Wenn man eine Münze schwerer verkaufen kann und man die länger rumliegen hat, unter Umständen, ja, dann muss man das natürlich irgendwie mit einberechnen, weil das Geld ist, was man nicht für was anderes nutzen kann in dieser Zeit. Deswegen werden viele Händler für seltenere Sammlermünzen, die einfach viel schwerer zu verkaufen sind, unter Umständen wesentlich weniger vom Neupreis zahlen, als bei Münzen, die mehr mit dem Silberwert zu tun haben, entweder, ja, oder mit denen einfach viel gehandelt wird. Ja, wie zum Beispiel diese Münzen hier. So, die haben jetzt natürlich mit dem Silberpreis nicht mehr unglaublich viel zu tun, weil es sehr, sehr alte Münzen sind, die sich hier 1935 zum Beispiel, ja, und es sind natürlich auch sehr, sehr kleine Münzen, gerade zum Beispiel bei den Dimes und den Viertel-Dollarn. Könnt ihr mal vergleichen, für welche Preise man da Feinsilbermünzen bekommen würde. Bei den Dimes kein Vergleich, bei denen hier zumindest noch etwas günstiger. So, und da haben wir natürlich diese Geschichte, ja, das hat mit dem Silberpreis jetzt nicht viel zu tun, aber ich kann die schnell verkaufen. Also zahle ich natürlich auch nichts irgendwie in der Nähe vom Silberpreis, sondern wesentlich, 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 wesentlich mehr, ja. Und das ist diese Geschichte. Es kommt nicht unbedingt darauf an, wie hoch jetzt der Aufschlag ist, ja, aber es kommt darauf an, was das für eine Ware ist, letzten Endes, und wie schnell man die wieder verkaufen kann. So, das ist ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ich jetzt irgendeine Münze habe, von denen 250 Stück jemals hergestellt wurden, viel Spaß, den anderen Händler zu verkaufen für einen guten Preis, ja. Weil der wird nämlich auch viel Spaß daran haben, das dann wieder irgendjemandem zu verkaufen. So, das sind solche Sachen. Auch das muss man im Voraus wissen, wenn man etwas verkaufen möchte und am besten schon, wenn man es gekauft hat oder vorher. Vorher war natürlich das Optimum, aber so viel kann man natürlich heutzutage nicht mehr erwarten. Und ihr wisst, Leute, wenn ich diese Sachen manchmal so ein bisschen provokativ formuliere, ich meine es nicht böse. Ich will, dass ihr darüber nachdenkt und dass ihr die richtigen Entscheidungen für euch trefft, ja. Ich meine es nur gut mit jedem, der hier diesen Kanal anguckt. Auch mit denen, die mich die ganze Zeit hier, ne. Ist mir egal. Ich meine es mit jedem gut, der hier den Kanal anguckt, ja. Dementsprechend, ich sage es euch ehrlich, so wie es ist. So. Das ist was, was man heutzutage nicht von jedem kriegt, ne. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch leider schon wieder am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht irgendwas Sinnvolles aus dem Video mitnehmen können. Wenn nicht, hey, das ist in diesem Fall sogar was Positives, weil dann wusstet ihr die ganzen Sachen schon, über die ich heute gesprochen habe. Also, auch eine gute Sache. Damit würde ich sagen, alles, was ihr sonst noch so an Fragen und so weiter habt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendetwas an diesen wunderschönen historischen Münzen aus den USA erstehen möchtet, gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben. Ich freue mich wie immer sehr. Super gerne, das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen und auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.